Ich habe tatsächlich... Ich habe selber auch noch eine Stimme gefangen. Eigentlich möchte ich trotzdem das machen. Ich möchte trotzdem das machen. Auf jeden Fall. Danke. Es ist nicht ganz zwei Monate her. Da habt ihr uns hier, wie ich sage, vorgeführt. Aber doch deutlich nahe zweistellig vor. Wir haben heute jetzt ausgeschrieben. In 8-Minale. Das waren die Unterschiede zu den ersten Spielen. Da wartet man über. Da spielen wirklich einen Koranweis. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich möchte anwesigen. Zu diesem Kampfleiter und zu dem wir weiterkommen. Sie haben eine Sekunde aufgewählt. Und die haben wir nicht gewusst bekommen. Für Marlise sollte es sehr, sehr einfach. Wenn man keine Abwehrspiele hat, kann man auch in die Abwehrspiele gewinnen. Es ist eine Richtigkeit in Rechnung, die einem immer wieder geht. Man kann ja die Führung durchführen. Wir haben auch in der Koranstein. Die mit zweiten Abwehr 20 Tore. Auf eine Art und Weise, wo wir überhaupt nicht in die Zweikämpfe reinkommen. Die sich immer wieder auch in die Mitte isolieren lassen. Wir durften auch die Kreiswerferanspiele kommen lassen. Plus, was dann noch dazu gekommen ist, dass wir hinten raus, als sie wirklich Kornstein war, der den einen oder anderen technischen Fehler zu viel gemacht hat. Das heißt, mit dem Sprich, hat uns letztlich heute mit dem Kampfreis, mit dem wir sie aufgeben, da hingeschweiten, gewiesen. Es ist aus unserer Sicht ein bisschen schade, dass Annika noch keine Abwehr schuldigen konnte. Er hat sich leider in der Umgeblichkeit verletzt, aber es soll keine Entschuldigung sein. Aber es ist ja eine Liebe in ihm, und auf dem Annika Niederwieser steht. Und das hat uns heute immer bündelt gefehlt. Aber im Endeffekt muss man aus dem was machen, was man hat. Und da war unsere Leistung heute, speziell mit der Betreffung, nicht gut genug, außerhalb von 32 Toren, wo das Spiel einfach gewinnen hat. und das verdientes Weiterkommen, in dem wir verletzen haben. Ja, das war ein Ausbilder, und wir haben so viele Damen und Herren, das war ein Ausbilder, und das war ein Ausbilder. Ansonsten muss ich sagen, ich erinnere mich gerade sehr häufig an den Neuen, so 37, 35, vor allem wenn wir gerade schon gespielt haben, das ist gar nicht mal ungewöhnlich. Ja, das ist gut. Ja, ja. Und der Liga Niederwieser ist ja auch nicht ganz so, wie wir das eigentlich vorhaben haben. Und habt ihr euch leider auch ansatz gewonnen? Jetzt hast du dir gedacht, okay, im Pokal ist der schönste Weg zur Europa, dann gewinnen wir halt ab, oder? Was hast du dir gesagt worden? In der Familie habe ich ihnen quasi gesagt, sie sollen sich eine Stärke aussuchen von den drei Armee-Spielen, und die sollen sich gegenseitig sagen, weil ich finde, wir haben sehr viel Qualität, und es ist vielfach darauf, dass Vertrauen sich selber und verschlossen ein bisschen raus sich eben heute, und es hat sehr gut funktioniert. Ich werde mir was anderes überlegen, das ist für das nächste Mal, das funktioniert immer nur einmal. Ja, das war das, was ich gesagt habe. Es hat scheinbar funktioniert sehr gut. Ja, Pokal ist noch ein bisschen ein anderer Wettbewerb. Ihr seid ja auch noch am Europapokal, am Wochenende trittet ihr dann wieder an. Wie wichtig ist denn jetzt für dich dieser Pokal? Das ist der deutsche Pokal. Wie ist der Schmerzen zum Ausscheiden? Oder bist du da immer an der Träger und sagen, ja, Fokus liegt eh auf der Liga, aber alles andere, wenn es gar nicht gut ist, wenn ich auch nicht so tragisch. In keinster Art und Weise Fokus liegt immer auf den nächsten Spielen. Und auch wenn das eine Floskel ist, das nächste Spiel ist tatsächlich immer das Wichtigste. Und man darf nicht vergessen, dass im Pokal ist der Weg zu einem Dicken der einfachste und der schlechtste Weg. Von daher ist es natürlich ärmerlich. Ich bin trotzdem mit Meinung, dass es jetzt nicht ganz so weh tut, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich eine Lösung gibt national. Das heißt, wir werden aus meiner Sicht auch diesmal, Glück und Glück und was auch immer und alles gewinnen. Das ist gar keine Frage, sondern wir müssen auf die eigene Leistung schauen. Es ist definitiv so, dass wir im Dicken und wir wollen nämlich die Zweige vor, das haben wir nicht gereicht. Jetzt heißt es, eine Grenze zu mobilisieren und am Wochenende in Zegelhoff. Das dritte sehr, sehr schwere Spiele innerhalb einer Woche. Es ist ein bisschen schade, dass wir wirklich kein Losgült hatten. Wir hatten in der ersten Runde Jean Ré, eine sehr, sehr schwere Gegend aus den schwedischen Meistern, die in den letzten Jahren immer Champions gespielt haben. Natürlich war auch Meistern auswärts nachdem wir im Dickenheimspiel nicht gewünscht sind für den Pokal, sondern hätten wir ein Dickenheimspiel gehabt, da waren so viele Dickenhebende drin. Aber ich finde, dass wir die Pflicht haben, jeden Weltbewerb sehr, sehr wichtig zu nehmen und ihm alles zu geben. Und ich denke, dass das tun wir auch. Von daher schmerzt es nicht. Ja, du hast, wie dich einmal angesprochen, einen Vorteil im Europapokal. Könnt ihr euch auch wirklich ansprechen, dann könnt ihr euch ja garantieren wollen. Äh, heute waren die knapp zwei Jahre Zuschauer. Ich verticke jetzt jetzt mal die, die nicht daran, weil ich glaube, die haben alle nicht daran geglaubt, dass sie das heute schaffen. Sehr, sehr schade. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo es so aussah. Und mich traurig. Ja, werde ich auch überall, wo ich sagen, gewählen. Aber die, die da waren, muss ich sagen, die haben keine Stunde gemacht. Hätte ich gedacht, dass man mit zwei Jahren ein bisschen was in die ganze Halle zum Abheben bringt. Von daher auch mal ein Kompromitt auf euch. Danke. Ja, Renner, wie gesagt, im Torpoint habe ich Ausschlussgefühl gehabt, 27, 24, 10 Minuten noch zu spielen. Und dann, wie der X-Radio, das heute genau war, so ein Spiel, das sie gebraucht hat, das hinten raus auch gewinnt. Äh, das ist das Selbstvertrauen zu bekommen. Und das man jetzt auch mit Schwung, in gewissen Partien sind ja jetzt vierer Handspieler am Stück, dass man einfach versucht, okay, komm jetzt vollgas dazu, so wie es geht. Ich glaube, wir wussten immer, es geht, oder jetzt haben wir es ganz auf die Plätze gemacht, dass die technischen Fehler, die der Herbert angesprochen hat, äh, die hatten wir in Dortmund, die hatten aber auch in Leverkusen. Und mit so vielen Fählen kannst du nicht gewinnen, das waren wir heute in diesem Ticken besser. Äh, ja. Aber wir waren, bin ich davon überzeugt, immer bereit, und werden immer bereit sein, und, äh, damit die Spiele da, funktioniert das besser und schlechter. Aber, äh, die Spielerinnen und die, der Trennestag, die wollen immer jedes Spiel, äh, gewinnen, auch gegen den TRC, auch wenn es eine schwierige Aufgabe ist. Und, äh, gut, dann, Herbert, gut rückwann euch. Wir erken euch nicht zu sehr, viel Erfolg bei dem Euro-Rumpaar, dass ihr gegen Silvio weiterkommt, und, äh, wir sehen uns ja noch mal beim Rutspiel, und grüßt Ihnen dann, Danke fürs Gute. Werner, wir wollten jetzt spielfrei, genießt es ein bisschen beim nächsten Woche Heimspiel, den Kölzern, Samstag 19.30 Uhr und ihr werdet es um. Einmal vielmals für die Zuschauer. Dankeschön.